Moin Magic Soul, heute verrate ich dir, wie du erfolgreich deinen Seelenpartner manifestierst, damit er endlich in dein Leben kommen kann. Und wir wollen noch einen Schritt weiter gehen, denn diese Manifestation kannst du auch für deine erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft anwenden. Weil vielleicht habt ihr euch schon gefunden, ihr habt euch erkannt und steht jetzt genau an diesem Punkt. Vielleicht befindet ihr euch aber auch mitten im Seelenpartner-Dualseelenprozess, dann wird euch dieses Video weiterhelfen. Und wir wollen noch einen Schritt weiter gehen, nämlich wir sind in die neue Zeit gestartet. Wir befinden uns im Übergang in die neue Welt. Gibt es da vielleicht etwas Neues zu beachten? Und ich werde dir auch noch verraten, welche coolen Vorteile diese Manifestation hat. Ja, alles noch für mich verraten wir dir jetzt. Wir sind es Annette und Isi, meine Seele live aus Kapstadt. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, bevor ich dir jetzt verrate, welche coolen Vorteile du außerdem hast, wenn du diese Manifestation machst, und was es Neues gibt, wollen wir uns mal die vier wichtigsten Steps dieser Manifestation anschauen. Denn das ist die Manifestation, die ich für mich genutzt habe. Und was soll ich dir sagen? Sie war erfolgreich, denn ich habe meinen Seelenpartner Lutz in mein Leben eingeladen und wir leben jetzt seit fast 14 Jahren eine erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft. So, was ist also der erste Step? Eine Entscheidung zu treffen. Du musst eine Entscheidung treffen, weil wenn du eine Entscheidung triffst, bedeutet das, dass du bereit dazu bist, dass du bereit dazu bist, wirklich alles dafür zu tun, dass dein Wunsch auch in Erfüllung geht. Das heißt, du öffnest dich dafür und das Universum kann natürlich dann viel leichter dir die Optionen und Möglichkeiten schicken, die dir dabei helfen, dass dein Wunsch auch in Erfüllung geht. Bei mir war das damals 2008, als ich diese wichtige Entscheidung für mich getroffen hatte. Und für mich war das wirklich ein gewaltiger Schritt, denn ich war 20 Jahre Single gewesen. Aber nicht ohne Grund. Ich sage dir ganz ehrlich, ich konnte mit diesem Beziehungsmodell nie etwas anfangen. Dieses Ziehen und Zerren und der andere muss mich glücklich machen und all das, das war nie meins. Ich konnte mich damit nie anfreunden. Ich hatte immer so dieses Gefühl, das muss doch auch noch anders gehen. Und ich wusste von klein auf an, dass da ein ganz bestimmter Mensch für mich bestimmt ist. Dass da ein Mann für mich bestimmt ist, den ich irgendwann treffe und mit dem ich eine völlig neue und andere Partnerschaft leben werde, als das, was in der Gesellschaft gelebt wurde. So, hatte ich da manchmal Zweifel, ganz klar. Ich meine, mein Umfeld hat es auch nicht so ganz verstanden, was da mit mir los war. Und manchmal dachte ich auch, naja, vielleicht bilde ich mir das auch alles nur ein. Aber nee, dem war nicht so. Und ich wusste damals auch, dass die Zeit reif war, dass ich mein Calling bekommen habe. Und das ist natürlich letztendlich jetzt auch bei dir, sonst würdest du dir dieses Video nicht anschauen. So, was ist der zweite Step? Der zweite Step ist, was ist dein Warum? Warum willst du diesen Seelenpartner und warum willst du diese erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft leben? Was treibt dich an? Weil das ist dann deine Motivation. Bei mir war das damals, ich wollte natürlich unbedingt mal diesen besonderen Menschen, der für mich bestimmt ist, kennenlernen, den ich ja von klein auf an schon gespürt hatte. Da war ich natürlich mega neugierig drauf. Und ich wollte natürlich auch schauen, wie kann man denn wirklich etwas Neues erschaffen, diese Liebe nochmal anders zu leben, wahre Liebe zu leben. Da war immer so meine Sehnsucht gewesen. Und wie kann man eine Partnerschaft neu gestalten, so dass es mir um Selbstverantwortung geht und nicht um dieses Ziehen und Zernen und der andere macht mich glücklich und so. Ich war schon immer ein freiheitsliebender Mensch. Wie kann man in Freiheit lieben? Wie funktioniert das? Also da war ich mega neugierig drauf. Das war mein Warum, was mich angetrieben hat. Und dann ist da natürlich auch diese Sehnsucht, habe ich ja neulich ein Video drüber gemacht, sich wonnen zu fühlen. Diese Sehnsucht nach diesem Teil unserer Seele, was ja unser Seelenpartner darstellt, um endlich anzukommen bei uns und auch in der Liebe. Und schau mal, was es bei dir ist. Was sind deine Warums? Warum möchtest du deinen Seelenpartner kennenlernen? Warum soll der in dein Leben kommen? Oder eben, warum willst du diese erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft lieben, die ja völlig anders ist als das, was wir bisher gelebt haben? Warum bist du bereit dazu, diesen Schritt zu gehen? Diesen Mut auch aufzuwenden? Weil von der Gesellschaft wird das nicht unbedingt immer anerkannt. Das ist ganz klar. Für mich sind ja eben Seelenpartner auch die Rebellen der Liebe sozusagen. Warum bist du bereit, diesen Schritt zu gehen und dafür wirklich alles zu tun? Weil, wie du ja schon weißt, wenn du mir länger folgst, da geht es nämlich natürlich richtig um Selbstliebe, um Selbstverwirklichung, Selbstfindung, Selbstwert und all diese ganzen Dinge, die du da natürlich lernen darfst, weil der Seelenpartner ist ja der Weg zu dir und der spiegelt dir ja ohne Ende. Also, was ist dein Warum? Wenn dein Warum zum Beispiel noch ist, damit er mich glücklich macht oder damit er diese Selbstwertglücke füllt, wird es nicht funktionieren. Dafür sind die Seelenpartner nicht da, sondern sie spiegeln dir genau deinen Mangel, den du hast, aber auch deine Fülle. Das heißt, sei da wirklich ganz, ganz ehrlich. Warum wünschst du dir deinen Seelenpartner? Nicht, weil es einfach jetzt vielleicht gerade in ist oder modern ist, sondern wenn du das wirklich in dir spürst und sagst, da ist diese Sehnsucht nach diesem One-Gefühl und ich bin auch bereit dafür, alles zu tun, dann ist das ein richtig cooles Warum und dann wird es dir auch gelingen. So, dritter Step. Wie stellst du dir das vor? Was willst du? Und mach das auch schriftlich, dass du es wirklich aufschreibst. Wie stellst du dir deinen Seelenpartner vor? Wie stellst du dir deine erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft vor? Und nicht nur im Kopf, sondern wirklich aufschreiben. Weil das ist ganz, ganz wichtig, weil dann, du weißt, das Schreiben hat nochmal eine doppelte Power, weil dann entscheidest du dich auch für etwas, was du gerne leben möchtest. Weil oftmals sagen wir, ja, und dann wünschen wir uns dies oder wünschen wir uns das. Nee, das reicht nicht aus, sondern wirklich zu sagen, was ist mir wichtig? Auf was soll mein Seelenpartner mitbringen? Bei mir war es zum Beispiel so, mir war ganz, ganz wichtig, dass er aber auch Südafrika gut findet oder wenn zumindest so weit bereit ist, dass er mit mir dahin geht, weil das ganz wichtig war für mich. Also was ist wichtig für dich? Dass du dir da klar bist, was sind deine Werte? Ich könnte zum Beispiel auch nichts mit einem Typen anfangen, der kein Essen genießt. Ich liebe Essen. Und das mit seinem Partner zu zelebrieren, das ist mega, mega cool, wenn ihr da eben Gemeinsamkeiten findet. Ich meine, das Coole ist, dass die Seelenpartner ja meistens Gemeinsamkeiten haben. So, und da macht ihr auch wirklich Gedanken, wie stellst du dir deine erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft vor? Was bedeutet das? Auf Augenhöhe. Was bedeutet denn das auf Augenhöhe, das, was wir uns alle letztendlich wünschen? Was möchtest du mit ihm erleben? Bei mir war es zum Beispiel, dass mein Partner Humor haben muss, weil ich mit dem lachen möchte. Ich möchte aber auch mit dem tiefe Gespräche führen. Ich möchte, dass der mich so annimmt, wie ich bin. Und damals war es ja bei mir zum Beispiel auch so mit meiner Spiritualität, die ja gerade in mein Leben kam. So, hätte Lutz jetzt gesagt, ach nee, was ist alles hokus pokus, dann wäre das nicht gegangen. Dann wären wir noch nicht bereit füreinander gewesen. Aber er war offen dafür. Er konnte zwar nicht so recht damit was anfangen, aber er war offen dafür. Und der andere muss das nicht hundertprozentig genauso machen wie du, sondern es geht darum, dass dieses Verständnis da ist und dass diese Offenheit da ist und dass man sich auch für den anderen freuen kann. Weil das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich da jetzt schon mal mit auseinandersetzt. Und du wirst ja auch merken, auch beim ersten Date, wenn du deinen Seelenpartner triffst, ob er es ist oder nicht, weil ihr natürlich sehr viele Gemeinsamkeiten haben werdet. Und das Schöne ist, wenn du dich vorher damit auseinandergesetzt hast, kannst du da schon ja gleich mit ins Gespräch reingehen. Weil der Fehler, den die meisten machen, ist, dass sie sich darüber keine Gedanken machen, natürlich haben sie vielleicht ein paar Vorstellungen, wie der Typ sein soll. Aber letztendlich wird es nie angesprochen beim ersten Date und dann danach auch nicht. Und dann kriegt man immer mehr Angst, das irgendwie anzusprechen. Und dann denkt man, aber der andere müsste das doch wissen. Er liebt mich doch. Nee, der kann nicht alles ahnen, auch wenn es dein Seelenpartner ist. Sondern da geht es ja eben auch darum, in deiner Seelenpartnerschaft wirklich auch äußern zu können, was sind deine Wünsche. Wie stellst du dir das vor? Und das kannst du alles in dieser dritten Phase für dich einfach mal festlegen. Wie stellst du dir deine Seelenpartnerschaft vor? Was möchtest du, wie gesagt, mit deinem Seelenpartner leben? Wie soll das aussehen? Wie soll euer Alltag aussehen? Oder was wollt ihr vielleicht gemeinsames gestalten und erschaffen? Und schreib das wirklich mal schriftlich auf, dass du dich da richtig mit auseinandersetzt. Das ist eine richtig coole Zeit, die du dir da gönnst. Das muss nicht alles hundertprozentig dann letztendlich so passieren. Ich meine, das Universum, weißt du, hat ja da noch mal andere Vorstellungen, wie das dann sein soll, oder auch unsere Seelen. Aber je mehr du dich damit auseinandersetzt, desto besser kannst du es doch auch kommunizieren. Und desto besser kannst du natürlich auch deinen Fokus darauf ausrichten, dass das eben auch viel mehr in dein Leben kommen kann. Und du kannst auch ganz anders schwingen natürlich, weil du natürlich weißt, was du willst. Und ich weiß noch, bei mir war das ganz cool. Ich hatte mich ja, wie gesagt, entschieden. Ich hatte mich geöffnet. Ich hatte mein Warum gefunden. Und dann kam zu diesem Thema. Also was will ich eigentlich? Wie stelle ich mir das vor? Begegnete mir das Buch Bestellen beim Universum. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das war ja damals der Hammer. Ich kann mir alles wünschen, was ich will. Wie cool ist das denn? Keine Zurückhaltung mehr, keine Limitierung. Aufmachen und Wünschen und einfach mal alles aufschreiben. Ich habe tagelang geschrieben, seitenweise. Ach, war das toll. Das hat so einen Spaß gebracht. Wie soll der Typ sein? Was soll der für ein Auto haben? Und all diese ganzen Sachen. Naja, nun hat mir dann natürlich auch dann das Universum lustigerweise einen Typen vorbeigeschickt, der genau so ein Auto hatte, der dies hatte, der das hatte. Ich dachte, ist das schon mein Seelenpartner? War natürlich nicht. Da wollte ich natürlich mal ein bisschen testen, sozusagen. Das war auch total doof nachher, mit Liebeskummer und was weiß ich nicht. Aber das Schöne war, was mir da eben auch nochmal klar geworden ist. Ich meine, schreib das alles auf, was du machen möchtest. Die Äußerlichkeiten sind überhaupt nicht wichtig. Die sind völlig Banane. Wichtig ist natürlich auch, wenn du dir letztendlich mal anschaust, was du da alles aufgeschrieben hast, dass du nochmal guckst, was sind wirklich deine wahren Herzenswünsche. Weil die kommen ja von deiner Seele und das ist ja schon alles vorbereitet. Und wie gesagt, du kannst es auch direkt nutzen bei deinem ersten Date, dass du das schon mal abklopfen kannst. Habe ich ja damals auch gemacht. Ich habe ja wirklich so eine imaginäre Liste bei mir gehabt, wo ich Lutz gleich Fragen gestellt habe. Ich meine, warum soll ich warten? Warum soll ich warten? Oh nee, das darf ich nicht fragen. Und so bei Seelenpartnern darfst du alles fragen. Also je mehr du für dich einfach auch herausgefunden hast, was du willst, desto besser kannst du es auch kommunizieren. Weil wenn du nicht weißt, was du willst, kannst du es nicht sagen. Und das ist ja das Coole. Und es geht ja eben auch in der Seelenpartnerschaft darum, dass ihr kommuniziert, dass ihr miteinander sprecht. Weil das ist ja auf der Strecke geblieben bei den meisten Beziehungsmodellen. Dass sie nicht miteinander sprechen und dann irgendwann sich auseinanderleben. Aber das sollt ihr nicht als Seelenpartner. Ihr sollt ja gemeinsam als Oneness sozusagen wachsen und reifen. Verändern, das ist ja das Coole da dran. Verändern, das dürft ihr in der Seelenpartnerschaft. Und wo der andere dich anfeuert, damit du letztendlich eben auch da wirklich immer mehr in deine wahre Größe gehen kannst. Es geht ja darum, der Weg zu dir, immer mehr zu dir zu werden. Und da kommen wir jetzt auch schon zum vierten wichtigen Step. Zu welcher Version von dir musst und darfst du werden, damit der Seelenpartner auch in dein Leben kommen kann. Damit du diese erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft auch leben kannst. Denn die ist komplett anders als das, was du bisher gesehen und gelernt hast und auch schon gelebt hast. Es kann natürlich durchaus passieren, dass Seelenpartner sich einfach so begegnen. Oder dass eben einer schon zu der Version geworden ist und sich vorbereitet hat. So wie das bei mir an Lutz war. Ich meine, Lutz hatte keine Ahnung davon. Bäm, sieht er mich und denkt so, wow, das ist meine Frau. Und dann war das Chaos groß. Kannst du dir vorstellen, vielleicht hast du das auch gerade so erlebt. Aber das Schöne ist ja, wie gesagt, der Seelenpartner ist der Weg zu dir. Du tust es doch für dich. Das heißt, Selbstliebe ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Seelenpartnerschaft. Selbstwert. Dass du deinen Selbstwert erkennst. Und das erkennst du zum Beispiel auch schon, wenn du dich auf deinen Seelenpartner vorbereitest. Dass du dir mal überlegst, wie stelle ich mir überhaupt vor so eine erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft. Mir ist dabei aufgefallen, als ich diese Übung gemacht habe, wie willst du denn auf Augenhöhe eine Partnerschaft leben, wenn du ein absoluter Kontrollfreak bist. Ich war ein absoluter Kontrollfreak. Das muss sich ändern. Kam natürlich auch durch meinen Job irgendwie in der Design- und Kommunikationsbranche immer den Mann stehen und bloß keine Gefühle zeigen und immer tough sein und immer alles kontrollieren. Aber Liebe kannst du nicht kontrollieren. Das funktioniert nicht. Also, den Kontrollfreak in mir, den durfte ich mal verabschieden. Und das ist das Schöne, wenn du dich damit auseinandersetzt, weil dann wirst du merken, oh, da muss ich ja etwas an mir ändern, weil jede Veränderung beginnt in dir. Und das ist das Schöne und das ist die Inner Work, die du dann starten darfst in dieser Manifestation oder wenn du dich auf deinen Seelenpartner vorbereitest und eben auf eure Seelenpartnerschaft. Und diese Inner Work, da gehört eben Selbstliebe dazu, deinen Selbstwert erkennen, selbstbewusster sein, überhaupt ein neues Selbstbewusstsein für dich auch zu finden, dir zu schenken, auch dein, und da gehört dir alles dazu, auch deinen Körper anzunehmen, überhaupt auch für dich zu erkennen, dass du liebenswert bist, weil wenn du das für dich noch nicht erkannt hast, wird es dir schwer fallen, diese tiefe, wahrhaftige Liebe auch überhaupt annehmen zu können. Das heißt nicht, dass du in allem fertig sein musst und du musst dich lieben über alles und all diese ganzen Sachen, das meine ich überhaupt nicht, das weißt du, sondern es geht darum, dass du eine Basis schaffst, weil je mehr du vorbereitet bist auf deinen Seelenpartner und jetzt komme ich mal zu den Vorteilen, die nämlich mega cool sind, desto leichter wird es dir auch fallen, mit ihm zusammenzukommen, desto leichter wird es dir auch fallen, in deinem Seelenpartner-Dualseelenprozess. Und das war ja bei mir auch so. Ich war ja vorbereitet. Ich wusste, was ich wollte. Ich wusste, was mein Wert ist und all diese Dinge. Darum konnte ich es ganz anders kommunizieren und darum konnte ich auch ganz anders durch diesen Seelenpartner-Dualseelenprozess gehen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil du dich von innen stärkst, weil du immer mehr du selbst bist, weil du immer mehr im Vertrauen sein kannst. Und das ist das Coole und das ist das Wichtige, wenn du deinen Seelenpartner oder auch eben deine Seelenpartnerschaft manifestierst, weil du dich damit auseinandersetzt und weil du dann schon mit deiner Inner Work anfangen kannst. Das ist die Vorbereitung dafür und dann wird dir alles viel, viel leichter gelingen. Ist das nicht cool? Weil du brauchst eine neue Programmierung, du brauchst ein neues Filtersystem, weil alles geht eben auch durch dich. Das heißt, wenn du mit deinen alten Glaubenssätzen in die Seelenpartnerschaft reingehen willst, funktioniert das nicht. Das heißt, du musst dir Neue schaffen, du musst wirklich aufräumen, du musst wirklich gucken, was passt denn dazu, was ich überhaupt leben will. Und wie gesagt, diese Seelenpartnerschaft ist etwas ganz Neues. Da geht es um Eigenverantwortung, all diese Dinge, die ich eben schon aufgezählt habe. Das heißt, du musst neu denken können, du musst dir neue Neuronenbahnen schaffen, eine neue Programmierung, die das auch zulässt. Dass du für dich auch erkennst, dass du wert bist, dass du liebenswert bist, dass du seine Nummer eins bist. Inneres Kind heilen, habe ich ja neulich ein Video drüber gemacht. Ganz, ganz wichtig. Neues Mindset. Alles, was dazu gehört. So, und was ist jetzt neu? Dass es weniger ums Haben geht, sondern mehr ums Geben. Es geht darum, ums Werden. Wir dürfen jetzt werden. Und das ist eben das, was wir auch brauchen für die neue Welt. Dass wir mehr in unsere Fülle gehen, dass wir mehr erkennen, welche Wunder wir sind, dass wir mehr erkennen, wie liebenswert wir sind, dass wir bei uns selbst ankommen. Und da ist der Seelenpartner hervorragend dafür. Denn die Erde fängt jetzt an, höher zu schwingen. In der neuen Welt schwingen wir höher. Da, wo die Fülle ist. Da, wo die Liebe ist. Darum öffne dich jetzt dafür. Und diese Manifestation ist ein hervorragender Weg für dich, dich darauf einzustimmen, da mehr zu schwingen. Da, wo eben auch dein Seelenpartner ist. Da, wo deine erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft ist. Weil du weißt, alles ist Energie. Aber du bestimmst. Du bestimmst, wie du etwas siehst, wie du mit etwas umgehst und wie du das eben auch für dich nutzt und was du daraus machst. Und ist das nicht schön? Guck mal, je mehr Seelenpartner sich jetzt eben auch finden und das Schöne ist ja, sie haben ja sozusagen auch das Tor aufgemacht, weil unsere Seelen sind ja auch eine Mission, dass wir eben diese Liebe leben. Liebe 2.0 der Zukunft der neuen Welt. Da habe ich ja neulich auch schon wieder ein Video drüber gemacht. Es geht jetzt darum, dass wir wirklich auch als Pioniere vorangehen. Und wenn du dein Calling bekommst, dann gehörst du auch zu diesen Pionieren, die vorangehen und die zeigen, hey, das funktioniert. Die aber auch bereit sind, weil es einfach ganz neu und anders ist. Diesen holprigen Weg, der das ja manchmal ist, auch zu gehen. Aber letztendlich ist es immer der Weg, der zu uns selbst führt. Und kannst du dir vorstellen, ich meine, je mehr Seelenpartner zusammenkommen und diese wundervolle Liebe leben, wie cool ist denn das? Wie viele Vibes wir auch in die Welt aussenden? Weil das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Step in der neuen Zeit. ist nicht nur für dich zu machen, sondern was haben auch die anderen davon? Und wie cool ist das, wenn immer mehr Seelenpartner zusammenkommen? Und was eben auch nochmal ganz, ganz wichtig ist, es geht jetzt immer mehr um Energie, dass wir auch die Sensibilität für die Energie letztendlich für uns auch entwickeln. weil es geht weniger darum, was jetzt vielleicht der eine oder andere sagt, sondern was wir spüren. Und das ist eben auch mega cool, weil Seelenpartner, die haben ein ganz besonderes, intensives Gefühl. Das ist ganz individuell. Und dieses Gefühl zu spüren, das mache ich zum Beispiel auch in meinen Channelings, meinen Kundinnen, dass die dieses Gefühl schon mal spüren. Weil wenn du schon mal weißt, was euer Seelenpartnergefühl ist, das ist mega. Ja, da hatten wir ja auch neulich drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das Interview mit Sarah gesehen hast, wo sie gesagt hat, ja cool, ich wusste ja, wie sich das anfühlt, wenn ich meinen Seelenpartner treffe. Und als ich ihn dann geträumt wurde, wusste ich, ah, guck mal, das Gefühl kenne ich. Das ist also mega cool, wenn du das schon mal weißt. Und darum geht es, wie gesagt, immer mehr eben auch in der neuen Zeit. Mehr auf deine Intuition zu hören, mehr auf dein Herz und auf deine Seele zu hören. Und das gilt es jetzt eben auch zu trainieren beim Seelenpartner, weil da geht es ganz viel ums Vertrauen, wie gesagt, auf deine Intuition zu hören, weil im Außen, in der Gesellschaft, wenn du deinen Seelenpartner triffst und durch diesen Seelenpartner Dualseelenprozess gehst, wird es kaum einer verstehen, der den Seelenpartner noch nicht getroffen hat. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du da eben auch für dich immer mehr Sicherheit in dir selbst findest. Ist nicht cool, es gibt nur Vorteile, wenn du dich auf deinen Seelenpartner oder eben auf deine erfüllte glückliche Seelenpartnerschaft vorbereitest. Und es hilft dir eben auch viel, viel leichter, durch deinen Seelenpartner Dualseelenprozess zu kommen. Also ich finde es mega. So, und nun frage ich dich, bist du wirklich bereit für deinen Seelenpartner und eure erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft? Dann schreib das gerne mal in die Kommentare, denn das ist Step 1, eine Entscheidung zu treffen und wirklich zu sagen, ich bin bereit, alles dafür zu tun, um diese wahrhaftige, neue, tiefe Liebe auch zu leben. Ich bin bereit, in den Spiegel zu schauen, egal, ob ich die Fülle sehe oder auch den Mangel. Ich bin bereit, an mir zu arbeiten. Ich bin bereit, den Weg zu mir zu gehen. Wir hoffen, dir dieses Podcast-Video gefallen. Wir wünschen dir ganz viel Freude beim Manifestieren. Wir sehen uns im nächsten Ciao von now. We love you. Du bist Magic. Deine Annette und Isi. Deine Annette und Isi.